Auf und die Jagd beginnt! Hey! Was denn? Was denn? Es geht um Lupfen, ey! So, guys. Zweite Challenge. Revanche-Time. Ich gegen Yannick. Bro, mit Ansage, ich gewinne. Diesmal keine Free-Kicks. Wir werden lupfen. Ganz einfach. Du tust hier starten. Ich stehe am 16er. Du einen halben Ball in meine Hände. Ich lege ihn hin. Sobald der Ball auf dem Boden liegt, rennst du aufs Tor. Ich fälle auch zum Tor. Rückwärts, seitwärts, je nachdem. Und du versuchst, den Ball reinzuchippen. Ganz einfache Sache. Mach einfach, was du kannst. So flach schießen, ne? So kennt man dich, man. Fickst ihn wieder. Ja, flach, ne? Let's go! Wie jung bist du eigentlich? 23. Heftig, Mann. Komm, Bro! Ja! 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 Weißt du, da wollte ich halt so unfair sein. Und hab den Ball so seitlich rollen. Weil ich hab schon gemerkt, du warst schon irgendwie schon als Spielstatt unterwegs. Such dir Ausreden. Aber schöner kannst du ihn nicht kriegen. Ja, geht nicht. Wie soll ich dich... Wie soll ich dich bleiben und chippen? Ja, normal, Digga. Technik. Keine Chance. Ja. Wenn man halt nur flache Bälle schießt. Komm! Wow, Junge! Niemals! Niemals! Jo! Das ist wahrer. Ja, wie machst du's im Spiel? Im Spiel? Ich steh' niemals so, dass du überlupfen kannst. Du tust ihn davon los, Mann! Jo, Bro! Du darfst nicht rennen, wenn der Ball nicht mal liegt, ey! Du wärst scheißbar komplett hier, ey! Komm! Komm! Nein! Nein! Hast du den KZ einfach reingemacht? Was soll ich machen, Digga? Was soll ich machen, Mann? Wie soll ich es machen? Zeit geändert, seitliches Laufen, schon 3-2. Los, du bist ruhig geworden hier. Ja! Raffiniert, raffiniert. Aufholjagd, 4-2. Legst du ihn wieder dorthin? Da. Und 4-3. Guck mal, wieder leise, ich höre nichts von dir. Hast du auf die Uhr geguckt, der war hinter der Linie? Mhm. Okay, 4-3, komm. Aufholjagd, beginnt. Hey! Was denn? Das geht um Lumpen, ey. Jetzt wolltest du ihn oben haben. Mach gar keinen Will mit dir, ey. Komm mal fair. Es steht noch 4-3. Nein! Okay, jetzt ist es vorbei. 1-4-Gewinner. Mehr oder weniger. So, Janik, Kickbox. Ich würde sagen, du schaffst es beim 6. Oder gar nicht. Weiß ich warum? Du schießt nur flach. So schaut's aus. Aber unten ist ein Loch drin. Oh, Junge, Junge. Ich seh schon, die hohen Bälle sind nicht dein Ding. Der ist gut. Oh! Ich hab den Ring gesehen. Der ist gut, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Nachher Essen auf deinem Nacken. Ja gut, sauber. Sauber, Junge. So, Guys, das war's. Janik, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hab zwei Mal verloren. Schade, Made. Aber jetzt könnt ihr die Kickbox auf Instagram und YouTube abonnieren. Und auf dein Instagram. Ich hab den Kamera. Easy. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleib sportlich. Ciao.